Also aktuell ist es so, dass wir in den technischen Bereichen einige Stellen zu besetzen haben. Also wir haben in der technischen Abteilung für Konstruktionsstellen zu besetzen und dann ist es natürlich auch so, dass wir nicht nur im technischen Bereich, sondern natürlich auch im Bereich der Forschung und Entwicklung immer wieder Stellen zu besetzen haben, wo man Damen und Herren natürlich mit technischem Hintergrund braucht.